Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wieder zu einer Sendung mit Frau Prof. Ruth Lapid. Wir zeichnen Sie diesmal wiederum nicht im Studio auf, sondern im Gemeindehaus der Kirchengemeinde, der Evangelischen Kirchengemeinde von Bad Soden im Taunus, nicht weit von Ihrem Wohnort entfernt. Sie wohnen ja in Frankfurt. Frau Lapid, wir haben uns vorgenommen, heute über im Grunde Judentum und die Kunst, aber eine spezielle Kunstform, nämlich die bildende Kunst zu reden. Und wobei das eigentlich ein, wie nennt man, Contradictio in Adjecto ist. Judentum und bildende Kunst, ein Widerspruch an sich, weil es das ja eigentlich nicht gibt. Ich zitiere mal aus dem, wo man jeder mal, wenn man über ein Thema schnell mal nachschlägt, im Internet aus Wikipedia. Da steht, das Bilderverbot oder Abbildungsverbot untersagt bildliche Darstellungen aus religiösen Gründen. Es wendet sich gegen den Vorgang der Darstellung als solchen und die damit angeblich verbundene Gefahr der Vergötzung des Dargestellten. Die Reichweite des Verbotes kann sich auf die Abbildung von Göttern und Götzen, spezifischen Individuen, Propheten und Heiligen oder auf Darstellung aller Geschöpfe erstrecken. Die Vorschriften entspringen monotheistischen Religionen und sollen der polytheistischen Bilderverehrung entgegenwirken. Das ist jetzt ein allgemeiner Text über Bilderverbot. Der absolut Nonsens sagt, ich will niemanden kränken, ich will ihre Schrift streicheln hiermit, aber nichts ist hier richtig und nichts ist voll in ihrem Verständnis. Siehste, deshalb reden wir ja miteinander, weil in manchen Enzyklopädien alles nicht ganz so dargestellt. Das ist keine Enzyklopädie, denn diese neuen Werke, das wissen Sie so gut wie ich, kann jeder reinsetzen, was er will. Nein, 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 das wird schon kontrolliert und das ist schon, ja, das ist schon, ja, aber das ist schon, also das hier stimmt nicht. Das stimmt von vorne und hinten nicht, aber es gibt ein jüdisches Bilderverebot. Nein, das gibt es nicht. Doch. Aber nein, natürlich nicht. Was ist denn das, was am Berg Sinai geschah? Du sollst nicht in die Synagoge, in die orthodoxen Synagoge ein Bild hängen. Daheim, wenn sie noch so fromm sind und ein Bad hätten, können sie in ihr Schlafzimmer ein Bild hängen. Ja, das ist ja richtig. Und viele unserer guten Freunde sind auch große Sammler, selbstverständlich, aber nicht A, im Gebetsraum, B, nicht zu Gebetszeiten diese Bilder anbeten, denn sonst könntest du ja dann ausrutschen und sagen, das ist mein Gott. Ikonen, heiligen Bilder. Das gibt es nicht. Nein, das gibt es nicht, weil du sollst in deinem Herzen und in deinem Verstand von Gott denken und reden und lieb haben, da brauchst du doch kein Bild. Warum soll man sich kein Bildnis machen von Gott? Damit sie es nicht anbeten. Die Materie und das Material können sie verführen zum Anbeten, wozu? Das wäre Götzendienst. Ja, Gott ist mir groß und ich danke ihm und ich bete zu ihm, wenn es nötig ist. Das ist Glauben und da darf ich auch ein Bild haben, selbstverständlich. Und ich kann mich erinnern, als Teddy Kollek Bürgermeister von Jerusalem war, und das war er lang, ein guter, wirklich wiener, gläubiger Jude, da kam ein amerikanischer Sammler, und das ist doch immer die Tragödie der Sammler, dass sie auch alt werden, wie unser einen, sie nicht, ich weiß, aber normalerweise. Und da kam ein Sammler zu ihm und sagte, er würde gerne seine Sammlung irgendwie in einem Altersheim für Sammlungen unterbringen. Er sucht eine, ich sage das jetzt, das Bildlicht, Altersheim für Sammlungen. Das ist die Not von allen Sammlern. Und er sucht einen Platz, ob Teddy Kollek Interesse habe als Jerusalemer Bürgermeister, die Sammlung in Jerusalem als Garten der Bilder, weil es Skulpturen waren, viel zu unterbringen. Und Teddy Kollek sagte, ja, das können wir erwägen, sagte, aber er wusste schon tief im Bauch, dass das die Gelegenheit des Jahrhunderts war, wunderbare Sammlung gewesen, von großen Epstein und Murr, das sind bekannte Künstler doch nicht, würden sie auch einstellen, gell. Und er sagte, ja, ich kann mir vorstellen, aber ich muss nach der Prozedur der normalen Wirtschaft in der Staatsverwaltung eine Genehmigung bekommen. Es ist ja Materie und so weiter, wir sind in Jerusalem. Und da waren sie sich furchtbar lieb und entgegenkommend und die Kollek war schon überglücklich. Und ich weiß das alles von ihm selbst, das ist keine Legende oder Wikipedia-Legende. Direkt vom Meister und der Stifter war einverstanden. Das war ein würdiger Platz für eine bedeutende, wichtige Sammlung. Murr und Epstein, können Sie sich morgen erkundigen, was das für große Künstler, Skulpturen kommen hat? Ja, ja, natürlich, das weiß ich. Henry Murr, wer kennt den nicht? Also gut, ich dachte, ich will alles beweisen, nicht? War Henry Murr Jude? Nein, beide waren nicht Juden. Umso besser, umso wichtiger, was ich erzähle, umso wichtiger ist, dass einer von uns wieder mal heimbeholt wird. Keineswegs. Also Teddy Kollek ging zur Stadtverwaltung und es hat sich schon herumgesprochen und alle waren glücklich. Und da sagt die Stadtverwaltung, in jenen Tagen, das ist nicht immer dasselbe, hatte die Mehrheit von Orthodoxen, das ist nicht immer dasselbe. Und Teddy Kollek brachte sein Anliegen vor, er möchte Boden und Geld, braucht man doch, für den Transport und Schutz und so weiter, für das Murr und Epstein Museum in Jerusalem. Das hat Jerusalem gerade gefehlt, sowas haben wir noch nicht glücklich. Und da sagten die Wertigen, ganz froh, und sagten, wie kommen Sie darauf? Wollen Sie dann unsere Leute zum Anbeten von Götzen bringen? Wie soll das gehen? Und Kollek war verzweifelt, damit hat er nicht gerechnet und ging nach Hause voller Trauer und Entsetzen. Also ich fasse es jetzt kurz. Und da las den Talmud, das ist die Auslegung der Tora, und las die Tora und las vor allem, was geschah am Berg Sinai. Ja, immer, das ist ja das Entscheidende. Nein, das ist nicht das Entscheidende. Aber der Ursprung. Am Berg Sinai steht ausdrücklich, mache dir kein Bild zum Anbeten, trage Gott bei dir im Kopf, im Herz, in deinem Inneren. Du brauchst kein Bild von Gott. Das steht im Dekalog, ja. Ja, soweit sind wir uns alle einig. Und das ist der Ursprung dessen, was man mosaisches Bilderverbot nennt. Das ist aber falsch, erstens ist mosaisisch falsch, grundfalsch, weil Moses hat nie gesagt, das sind meine Gebote, das sind Gottes Gebote. Auf Hebräisch heißt das nie. Er ist der Träger, er hat es runtergebracht vom Berg. Also Moses ist auch kein Religionsstifter, wenn Sie so wollen. Insofern nicht, Gott ist der Stifter. Ja, gut. Gott ist der Stifter, Moses hat nichts gestiftet. Moses ist der Vermittler, ist der Bote, ist der Träger, ist der Lehrer. Ja, aber er spielt eine ganz entscheidende Rolle dabei. Ja, das braucht man immer, man kann nicht da. Wir einfachen Menschen können, können Sie allein so etwas Neues beherzigen und anführen und einführen. Nein, ich habe ja auch nicht die Absicht, nein. Also da braucht man schon eine Kraft. Und diese Kraft war Moses, das ist gar keine Frage. Aber nun, ich war bei Kollek in Jerusalem und Kollek war verzweifelt, weil diese Gelegenheit einmalig historisch war. Und da wusste er nicht mehr, was zu tun. Und ging zu einigen Tora-Gelehrten, was sollen wir denn tun. Und die sagten, das ist überhaupt kein Problem. Geh und sag dem Herrn, dem Stifter, wir wollen ja keine neuen Götzen. Wir wollen ja keine Anbetung. Wir wollen diese neuen Strukturen und Plastiken, wollen pflegen und wollen sie liebhaben. Und wollen es den Leuten, den Zuschauern erklären. Wir wollen keine Anbetung. Im Gegenteil, du sollst nicht anbeten, heißt es am Sinai. Und nicht, du sollst dir nicht deine Skulptur aufstellen im Garten in Jerusalem. Wir haben, und der Kollek ging strahlend nach Hause und überlegte sich und las die Tora und den Talmud. Das ist die Erklärung. Er sagt, wir haben natürlich keine Absicht, die Bilder anzuhimmeln, anzubeten. Wird auch nicht gemacht in den heutigen schönen Museen, die es in Jerusalem gibt. Gibt jede Menge. Jetzt gibt es mittlerweile. Nicht mittlerweile, schon längst vor. Kollek hat es sich gegeben. Das berühmteste und empfehlenswerteste ist das Bezalel-Museum in Jerusalem. Und Bezalel heißt Bezalel im Schatten Gottes. Lassen Sie mich ausreden. Der Bezalel hat längst vor dieser Begebenheit Kunst geschaffen, aus Materie und aus Material, aber nicht zum Anbeten. Und das ist das Herzstück des ganzen Gebotes. Hier darf nicht angebetet werden. Und das ist die Sünde, wenn du deine Kunst anbetest. Und da sagt der Kollek zu den Alten in der Stadtverwaltung, das ist die irdische Stadtverwaltung, nicht Propheten. Ja, wir haben doch gar keine Absicht anzubeten. Wir wollen die Schönheit von Jerusalem zeigen und die Liebe der Stifter. Aber von Anbetung ist keine Rede. Davon geht es und die waren einverstanden. Also bitte nicht anbeten. Und ich möchte von Bezalel erwähnen. Bezalel ist der wunderschöne Name eines Sohnes von Miriam. Miriam, die Schwester des von Ihnen erwähnten Moses. Moses hatte einen Bruder Aaron und eine Schwester Miriam, die Sie sicher kennen aus dem zweiten Buch der Tora. die das Kindlein in der Schilfkiste gerettet hat und der Tochter des Pharao zugeführt hat und ihre Mutter als Versorgerin engagiert hat. Also diese Miriam hatte auch einen eigenen Sohn und das ist Bezalel. Und dieser Bezalel wird erwähnt noch und noch und nöcher, dass er voller Liebe und voller Kunst das Stiftszelt, das ist der Vorläufer, Sie hatten ja keinen Gebetsplatz, keinen Palast und gar nichts, das Stiftszelt ausgerüstet und gebaut hat, nicht zum Anbeten. Das Stiftszelt, um sich zu versammeln und Gott zu... Diese Scheu vor Bildern, die ja aus dem, jetzt sage ich wieder, zehn Gebote aus dem Dekalogum... Da ist keine Scheu. Gibt es nicht im Judentum doch sowas wie ein goldenes Kalb-Syndrom, würde ich das mal nennen. Goldenes Kalb ist wieder was ganz anderes. Ja, das ist ja aber auch ein Kunstwerk, was angebetet wurde, oder? Nein, es wurde nicht angebetet, sondern das goldene Kalb, will ich Ihnen erklären, was es war. Es ging darum, dass die Kinder Israel eine bestimmte Gruppe, immer das verallgemein, eine bestimmte Gruppe sagte, wir wollen eine goldene Kreatur haben, wie die Völker die Mittelmeer-Völkern. Ja, eben doch, wir wollen etwas zum Anbeten haben. Nein, sie wollten es haben, damit sie einen Besitz haben, so wie es das Stiftszelt gab, wir wollten das goldene Kalb haben, wir wollten einen goldenen Stier haben, damit wir den anderen Völkern des Mittelmeer-Raums gleich sind. Ja. Es ging um einen Stier. Ja, aber auch ein Symbol für Göttliches. Nein, auf keinen Fall. Nein, sondern damit wir auch genauso wertvoll dastehen, wie die anderen auch, die ja auch die Mittrauen, die sind ja bekannt, mit dargestellt werden als große Besitzer. Aber es gibt doch in der jüdischen Geschichte eine Bilderscheu. Eine Bilderscheu zum Anbeten, immer das Hauptwort für... Ja, aber das wurde doch manchmal weggelassen. Nein, das wurde nicht weggelassen. Es gab lange kein Fernsehen in Israel, weil man die Bilder nicht wollte. Nein, das stimmt nicht. Es gab kein Fernsehen in Israel, weil die Frommen gesagt haben... Die Frommen waren dagegen, ja. Nein, lassen Sie mich ausreden. Wenn Sie nicht bei jeder Kunstschau dazuschreiben, diese Bilder sind nicht zum Anbeten gedacht. Ja. Genau wie es in der Synagoge bei aller Liebe zu Gott und zum Gebet keine Bilder gibt. Es geht auch ohne Bilder. Ich liebe Bilder, schrecklich. Aber trotzdem ist es eine Erziehung weg vom Anbeten. Weg vom Anbeten. Aber da hat sich doch eine gewisse Scheu herausgebildet. Nein, hat sich nicht. Vor der bildenden Kunst. Nein, hat sich nicht. Denn es gewimmelt ja nur so von bildender Kunst. Nein, es gibt doch... Bezahlel ist das schönste Museum weit und breit. Ja, aber da ist doch nicht nur jüdische Kunst drin. Oder sind da nur jüdische Kunst drin? Nein, sowohl als auch. Eben. Genau und. Aber es gibt ganz berühmte jüdische Autoren. Es gibt viele berühmte jüdische Schauspieler. Es gibt viele berühmte jüdische Komponisten. Ja, das wollte ich an und für sich hier sagen, bevor wir dazu... Denn die bildende Kunst ist das Letzte. Das Erste ist die Musik. Es gibt aber weniger große jüdische Maler und Bilder. Das stimmt nicht. Ich habe mir da welche rausgeschrieben. Erstens Israelis, also die in Israel lebten und... die seit 200 Jahren als Maler tätig sind. Nämlich Judah, so heißt er. Judah Eduard Julius Bendemann und ein gewisser Oppenheim, den kenne ich selber als alten Mann in Frankfurt. Benjamin Oppenheim. Also die alle... Aber das sind doch heute nicht mehr sehr bekannte Namen. Die sind in einschlägigen Kreisen sehr bekannt. Aber natürlich gibt es wenig. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen Bekannte. Nämlich Camillo Pissarro, Amedeo Modigliani, Max Liebermann. Ist Max Liebermann nichts? Ja, Max Liebermann haben Sie recht, ja. Nein, die anderen sind genauso. Pissarro natürlich auch. Modigliani. Und Traim Soutine und viele andere. Jetzt kommt gleich Marc Schakal. Das ist natürlich der Vorzeige. Es liegt nur daran, wir kommen nicht drumherum. Ich komme ja von der Wiege her dahin. Also von der Wiege des Themas. Es geht um das Anbeten. Du darfst Kunst lieb haben. Du darfst Kunst kaufen und verkaufen. Und es gibt ja dauernd hier Handel und Wandel. Sehr viele jüdische Kosthändler. Aber du sollst nicht Gott damit wirklich als Konkurrenz darstellen. Darum geht es. Deshalb, aber es ist ja, wenn ich ein Bild in einer katholischen oder evangelischen oder einer anderen Kirche habe, ist das ja nicht ein Bild, das ich anbete. Ich weiß nicht, wenn ich das Bild von Jesus sehe und daran glauben würde, ich tue es ja nicht, ich tue es ja nicht, dass er Sohn Gottes sei, dann ist das keine Anbetung. Oder was? Oder was? In jeder zweiten Dorfkirche und jedem großen Dom. Oder was es ist? Natürlich ist es Anbetung. Und alles, was Sie mit Jesus machen, Sie Christen, ich meine nicht Sie persönlich. Das ist doch Anbetung. Ich darf ja tun, was ich will in der Synagoge. Wird gegessen und wird gesungen und wird die Kinder singen. So ganz verstehe ich das noch nicht. Warum darf man das nicht? Damit der Mensch nicht auf ein Glatteis kommt, dadurch sich selbst bringt. Man hilft ihm. Die Erziehung, diese Erziehung. Du sollst nicht in dieses Glatteis hineinkommen. Das geht ja noch weiter. Man darf den Namen Gottes nicht schreiben. Man darf ihn ja im Grunde gar nicht sprechen. Ja, da müssen Sie am nächsten Tag nicht Ihre Gurken einpacken, wenn Sie im Supermarkt einkaufen. Man sollte mit dem Einwickelpapier, wo Gott draufsteht. Dafür gibt es Umschreibungen. Selbstverständlich, wir schreiben andauernd, auch ich in meiner Bescheidenheit, wir schreiben von Gott, um Gott, an Gott, woher wüssten wir sonst das und jenes, Glauben zu wissen, weil wir davon schreiben, aber mit kleineren, unserer Bescheidenheit bewussten Grenzen. Nicht, wie Sie sagen, der Vater, Vater Gott, Mutter Gott, da gibt es ja auch eine Großmutter Gott bei Ihnen, oder? Gott Vater. Man betrachtet Gott als Vater, ist das denn so abwegig? Nicht für einen Menschen. Gott ist, da habe ich übrigens einen neuen Vortrag laufend, gerade fertig, jüdische Wurzeln, jüdische Wurzeln christlicher Gebete. Und da bin ich der Frage nachgegangen, voller Achtung, was heißt Vaterunser? Und das ist natürlich vom Judentum her, aber das ist nicht Vater im einen Sinn, was das Bild Vater darstellt, ein Bild eines Vaters auf der Wand, sondern Vaterunser ist unser aller Vater, wie schön, wie gut. Ja, aber da wird doch auch von Vater gesagt. Nur zum Beten, nur zum Beten. Es gibt keine Statue namens Vater, nirgends. Ja, aber so ganz verständlich ist mir das nicht. Na ja, das ist Ihr gutes Recht, dass Sie das nicht verstehen, weil Sie schließlich einige 70 Jahre, oder sind Sie noch nicht 70, mit der Idee großgezogen wurden. Und das ist Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist, die ganze heilige Familie. Ja, aber, ja gut, also es ist, du sollst dir kein Bildnis machen, das ist der Ausgangspunkt. Ja, und es nicht anbeten. Darf es in keiner Synagoge ein Bild geben? Ich habe auch noch keine Synagoge mit einem Gottesbild gesehen. Mit einem Gottesbild. Ja, aber gibt es andere Bilder in der Synagoge? In der reformierten Synagoge gibt es. In der reformierten, ja, aber in der orthodoxen nicht. Nein, nein. Damit keinerlei Irrtum oder Missverständnis entstehen könne. Und das ist leicht zu verschmerzen. Und insofern gibt es auch eine Bilder- und Skulpturenfeindschaft in der orthodoxen Judentum? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein, überhaupt nicht. Nein. Im Gegenteil. Andauernd, das gibt es doch, man liest es doch in der Zeitung, wenn es nicht solche Bilder sind, die nicht gehandelt werden, weil sie nicht angebetet werden sollen. Also andere Bilder können Sie kaufen und verkaufen, so viel Sie wollen. Ich habe ja da ein paar Namen genannt. Es gab große Illustratoren, der Biel auch übrigens. Ich habe ihr vorhin doch gerade einen Namen genannt. Ja, aber die sind alle nicht mehr sehr bekannt. Und da kann ich nichts dafür, da müssen Sie was dafür tun. Inzwischen hat es einen Auschwitz gegeben und es hat viele andere Kummer und Sorgen gegeben, dass man wenig für die Kunst und für die Bilder tun konnte. Viele andere jüdische Künstler sind ja im Gedächtnis geblieben und sind auch sehr bekannt. Die sind, die ich genannt habe, die sind auch recht bekannt. Und Chagall ist bestimmt im Gedächtnis. Ja, Chagall ist die große Ausnahme. Nein, das ist keine Ausnahme. Ich habe schon die anderen Namen ein paar Mal, ich habe es heute Nachmittag genannt. Wo zeigt sich das Jüdische bei Chagall in seiner Kunst? Oh, indem er den Jesus von Nazareth zum Beispiel als Juden darstellt. Und nur als Juden, der mit dem Talit an. Also jetzt stellt er den Jesus von Nazareth dar. Ach so, im Jüdischen ist das ja kein Gott, insofern darf er ihn darstellen. Selbstverständlich, doch kein Gott. Ja. Oh, Jesus wäre außer sich gewesen, wenn er das zur Kenntnis gebracht hätte, wenn man ihm das gebracht hätte, dass er angebetet wird als Gott. Das glaube ich, hätte ihm nicht gepasst. Glaube ich nicht. Das war ein so hundertprozentiger, treuer, getreuer Jude, wie ich wenige kenne. Jesus von Nazareth, Jeschua, der irdische Jesus. Ja, aber gut, es gibt ja danach den Menschensohn und den Gottessohn. Gottessöhner sind wir alle, Gott hat uns alle geschaffen. Ja, wahrer Mensch und wahrer Gott, das ist etwas, was Sie nicht nachvollziehen können, ich weiß. Das geht nicht und das steht auch nirgendwo im Alten Testament und daher kommt doch das ganze Gottesverständnis. Woher kommt es denn vom sogenannten Alten Testament, weil das auch schon wieder eigentlich eine Beleidigung ist. Es ist nicht alt, wird nie alt und es ist kein Testament. Es ist ein Bund, Brit. Ich bleibe aber dabei, es gibt im Judentum so etwas wie eine Bilderscheu. Nein, das gibt es nicht. Nur die Bilderscheu, du sollst sie, auf das du sie nicht anbetest und vor allem Bilder Gottes. Das gibt es, ja. Und das kann man durch Erziehung und durch Bilderscheu, das ist ein künstlicher Name, das klingt so gut. Aber damit erzieht man schon Kinder. Wir haben Bilder gern. Es gibt die jüdischen Friedhöfe, die die Deutschen dann im Zweiten Weltkrieg zerstört haben und alles Mögliche. Die Bilder, die geraubt wurden, das war alles ganz wunderbar. Kunstwerke sollen dergleichen, aber nicht das, was eben nicht geschehen soll. Was es aber gibt, es sind in vielen, es gab ja in Deutschland auch oder in Europa und auch in Amerika viele reiche jüdische Familien, die große Bildersammlungen hatten. Ja, und da waren keine gottähnliche oder gottdarstellende Bilder drauf. Waren nicht dabei? Nein, nein. Waren das keine Bilder von Rembrandt oder von Drührer oder... Natürlich haben sie alle, wer konnte, wer sich leisten konnte, hat gesammelt, aber nicht in dem Sinn, dass Gott vergottet wurde. Gott vergottet wurde. War diese Sammellust, diese Freude am Sammeln nicht auch eine Kompensation des Bilderverbots, des mosaischen Bilderverbots? Nein, wieso, die Juden haben nicht mehr und nicht weniger wie alle anderen auch gesammelt. Ich sehe da keinen Unterschied. Dasselbe können Sie bei Fragen bei Nichtjuden. Aber wenn Sie mal die großen Kunsthändler sich anschauen, in den 20er Jahren, Anfang des 20. Jahrhunderts, wäre Picasso groß gemacht, das waren ja auch die Händler, Kahnweiler und andere, das sind ja meistens Juden gewesen. Das kann man nicht so sagen, nein, das kann man nicht so sagen. Auf keinen Fall, nein. Ich muss mal nachzählen. Nein, ich kannte zum Beispiel mit meinem Mann zusammen sehr gut, Marc Chagall, und der war wirklich ein großer, weltbewerbender Künstler und war ohne Gottesbild wunderbar ausgekommen. Auf keinen Fall hat Jesus gern gehabt, wie wir doch auch sehr, und hat ihn gemalt und gezeichnet, wie all die schönen Geschichten, die ich andeutungsweise Ihnen schon erzählt habe, ja. Aber Chagall hat gesagt, da ist er, der Schal, wie der ihm umgelegt wird von christlichen Malern, ist er einfach zum Lachen oder zum Weinen, denn das ist ein Talit gewesen, das ist der jüdische Gebetsmantel, der Jude, Jesus. Ja, also nicht zum Anbeten. Nein, das ist das, im Grunde genommen ist das sehr einfach gesagt, das Ganze. Du kannst Kunst haben, macht, tun, kaufen, verkaufen, lieb haben, aber nicht anbeten. Und das finde ich eigentlich gesund. Denn Sie sehen doch, was passiert, wenn Leute anfangen, das oder jenes anzubeten. Aber in demselben Zusammenhang ist genauso, wird wunderbar erzählt, die Musik. Juden machen sehr viel Musik und schöne Musik, aber niemand betet sie Musik an. Ich kannte sehr gut Leonard Bernstein und andere. Also immer wieder von Anbeten, immer von der Materie, die vergottet wird. Da gibt es anderes. Es gibt zum Beispiel viele, für die, nehmen wir mal manche Beethoven-Musik, eine letztendlich göttliche Offenbarung ist. Göttliche Offenbarung ist alles. Aber ohne, dass Sie eine Unterschrift haben, schönen Gruß vom lieben Gott, das dürfen Sie zeigen, das ist offenbar Quatsch. Es gibt doch Kunstwerke, in denen der Himmel die Erde berührt. Ja, das ist ein biblisches Schönheitsbegriff. Schamein war er sich scharko. Himmel und Erde begegnen sich und küssen sich. Jetzt küssen sich, ja. Das ist so ein Bildchen. Das ist Eichendorff. Das war, als hätte der Himmel die Erde stelle geküsst. Nein, aber das hat nichts mit Gott zu tun. Der Himmel und Erde begegnen sich und das ist ein Bild. Also, es gab mal einen ganz berühmten jüdischen Kritiker und Schriftsteller in Deutschland, der hieß Alfred Kerr. Der war bewundert von ganz vielen, ich weiß nicht, ich freue mich, ich kenne nur noch wenige den Namen. Ich kenne ihn. Und dieser Alfred Kerr, für den war die siebte Symphonie von Beethoven. Eine Art Inkarnation des Göttlichen. Ich kann Herrn Kerr nicht, ich habe ihn nicht gesprochen, ich kann ihn nicht kritisieren oder loben, das weiß ich nicht. Inkarnation des Göttlichen ist alles, dass sie laufen können, dass sie von einem Tropfen Samen, reden wir mal deutlich, deutsch, zu einem Menschen werden und zu einem liebevollen. Nein, das ist mir alles so profan. Das tut mir leid, das ist dasselbe, wie Sonne und Mond, die sich treffen oder was. Nein. Nein, wenn Gott so etwas Wundervolles geschaffen hat, dass es Augenblicke gibt, dass die Sonne und der Horizont sich begegnen, so ist das wundervoll. Danke, liebe Gott, sage ich. Ist Kunst nicht, wie manche sagen, auch ein göttlicher Funke? Nein. Kann es sein? Kann es das nicht sein? Das weiß ich nicht. Ich kann nicht alles bejahen oder beneiden. Ich bin aber überzeugt, dass es eine Gabe Gottes ist. Eine wundervolle Gabe, eine Gnade, die du entwickeln sollst und kannst und darfst. Diese Gabe. Wie heißt es im 8. Psalm, dass der Mensch nicht viel weniger als Gott ist? So heißt es im Original nicht. Wie heißt es im Original? Weiß ich nicht im Moment. Und kann das nicht sein, dass manche Kunst ein göttliches Wirken dahintersteht? Aber alles ist ein göttliches Wirken. Ja, das ist jetzt wieder, sagen Sie immer, alles ist... Ja, das ist meine Überzeugung. Alles ist göttliche Wirken. Dass sie, so wie sie jetzt sind, kraftig und kuriert und erholt und gesund wurden, das ist göttliches Einwirken. Wieso denn nicht? Das sind alles wunderbare Gaben, aber zu sagen, das ist Gott oder das vergotten wir, das geht nicht. Nein, nicht vergotten wir, da erscheint Göttliches. Und daher kann ich auch nicht sagen, bei aller großen Liebe, was wir schon oft besprochen haben zu Jesus, ich liebe Jesus und achte und schätze Jesus, aber ich kann nicht sagen, er ist Gott. Nein, das kann ich nicht. Er warer Gott und er warer Mensch. Können Sie nicht sagen? Nein. Gut, dann ist aber doch hier ein ganz klarer Unterschied zwischen jüdischem und nicht-jüdischem, meinetwegen christlichem. Ich würde sagen... In der christlichen Religion oder Theologie gibt es im Jüdischen eine Offenbarung. Das kann nicht sein, dass Sie zwischen allen Christen die richtige Meinung haben. Es gibt so viele Meinungen... Ja, das weiß ich. Dass Sie sagen, das ist christlich oder das ist nicht christlich, können Sie gar nicht sagen. Ich kenne so viele Christen, die meiner Meinung sind. Es gibt keine... Es gibt ja auch in christlichen Kirchen, in manchen christlichen Gemeinschaften ein Bilderverbot. Etwa bei der Brüdergemeinde in den Herren-Ruther-Kirchen. Oder es gab die Bilderstürmer nach der Reformation. Das gibt es ja auch. Ist das aus demselben Beweggründen gewesen wie das jüdische Bilderverbot? Bei den Christen damals? Das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen, aus welchen Gründen das war. Ich glaube, bei Luther, bei dem Ikonoklasmus, war es bestimmt eine Wut gegen die Anbetung, die bei den Katholiken, das waren ja seine Vorläufer, bei den Katholiken vorhanden war, ganz stark vorhanden war. Gegen den Ikonoklasmus. Ja, gegen die katholische, ja eben, die katholische Bilderwelt. Jawohl, zunächst war das auch dagegen, gegen diese Vergottung. Ja, der muss aber, der größte Kluft, wenn man so will, zwischen der jüdischen Religion und der griechisch-orthodoxen oder russisch-orthodoxen Kirche, die ja die Ikone gerade zu heiligen Anbetungswürden, heiligen Bilder macht, ab einer Art und Weise, wie es hier sonst nirgendwo noch in dieser Welt ist. Das weiß ich nicht, wie stark, das kann ich nicht beurteilen, wie stark die Beziehung zum Ikonen-Gottesdienst ist. Das weiß ich nicht. Das ist mir zu fern, zu weit weg. Ich weiß aber zum Beispiel, Ikonoklasmus und dergleichen, ja, dass Luther das nicht wollte, dass man Gott anbetet. Ja, der frühe Luther. Das muss man schon zur Kenntnis nehmen. Es gibt dieses jüdische Gebot, du sollst ja kein Bildnis machen, du sollst... Bildnis Gottes machen. Bildnis Gottes machen, ja. Das ist ein großer Übersicht. Du darfst ja so viele Bilder machen, wie du willst, wie du kannst. Ja, das ist ja dahinter gemeint, wenn man sagt, du sollst ja kein Bildnis von Gott machen, klar. Gibt es in muslimischen Moscheen Bilder? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist nicht mein Studiumsgebiet. Ich glaube nicht, dass es Bilder gibt. Es gibt eben. Ist da nicht die Verwandtschaft zwischen... Ist da nicht die Verwandtschaft... Ich wollte ja darauf hinaus, dass es eine Art Verwandtschaft gibt zwischen dem Islam und dem Judentum. Ich weiß es nicht, ich habe das nicht studiert. Sie kommen ja auch... Die drei großen Weltredenungen kommen ja... Nein, das ist nicht mein Metier. Aber etwas anderes kann ich Ihnen sagen, dass von der Zeit der Welterschaffung an immerhin schon jüdische Kunst vorhanden war. Und zwar der erste Künstler ist von Gott erschaffen. Das war ein gewisser Juwal im Genesis. In den ersten, allerersten Kapiteln. Und dieser Genesis, Juwal wird uns vorgestellt als Künstler, als Kunstliebhaber von Gott geschaffen. Und zwar werden heute Sachen verglichen, war es der Chagall, der sich auf Juwal, auf diesen ersten Menschen bezogen hat. Und das ist völlig in Ordnung. Alle haben von Gott diese Gabe bekommen und danken Gott mit jedem Geschöpf, mit jedem, was sie geschaffen haben. Juwal im ersten Kapitel der Genesis ist ein Künstler bereits, ein Musiker. Und die vielen anderen, die Mosaikboten im Orient, die wir finden, wunderbar. Aber dieses von Gott beschaffen, beziehen Sie auf alle? Nein. Beziehen Sie auf... Nein, was heißt auf alle? Auf alle Menschen und auf alle Ereignisse? Sagen Sie doch, das ist doch Gottes Gnade oder ist Gottes... Ich habe doch nichts, den anderen Menschen vorzuschreiben, das habe ich nie getan. Ich schreibe Ihnen doch nicht vor, was Sie glauben oder nicht glauben. Aber ich sage, dass das, was Sie gesagt haben, dass bei den Juden, das als, ich weiß nicht, als was sie sich sonst vorstellen, das ist ein ganz locker und normal dargestellt, bitte machte kein Bildnis, damit Materie und Material dich nicht verführen. Dieses große Bild von Michelangelo aus der Sixtina mit dem Finger, dem Finger des Menschen unter dem Finger Gottes, das würde in einer jüdischen Synagoge überbemalt werden oder käme gar nicht herein. Weiß ich nicht, die Kirche lässt gelegentlich die Sixtina auch übermalen. Ja, das waren aber mehr die Frauen. Mir können Sie nichts vormachen. Eine japanische Firma wurde gedungen, eine japanische, musste sie die Sixtinische Kapelle übermalen. Ja, aber die hat nicht übergemalt, sie hat sie restauriert. Also nein, es gibt... Die übergemalten waren die von Michelangelo, der tagestellten Frauen. Alles gibt es, alles gibt es. Ja, das... Aber was, entschuldigen Sie, es ist ein Riesenunterschied, ich will doch der Kirche nicht vorschreiben, was sie tut und was sie lässt. Kirche kann tun, was sie lässt. Naja, aber im Vorschreiben ist das Judentum ja eigentlich ziemlich kräftig. Nein, es ist überhaupt nicht so armselig. Das sagen Sie jetzt. So armselig wie noch was nicht. Wieso denn, das Judentum hat niemals jemandem was vorgeschrieben. Die Kirche hat nichts anderes getan als vorgeschrieben. Das ist ja ein anderes Kapitel jetzt, aber... Und Sie haben das Kapitel begonnen. Aber die Gesetze kommen doch aus dem Judentum. Ich weiß, dass Sie jetzt heftig widersprechen, aber... Ich werde widersprechen, aber auch nicht heftig, warum soll ich? Die Gesetze kommen nicht aus dem Judentum. Die Kirche hat ihre eigenen Gesetze, die gar nichts mit dem Judentum zu tun haben. Nein, aber die Judentum ist doch... Die unter sich so zerstritten sind wie noch was. Das Judentum wird doch häufig so verstanden, vor allen Dingen als eine Gesetzesreligion. Das ist falsch. Das steht nirgendwo. Es ist einfach falsch. Wird so verstanden. Ganz schlicht und... Sie dürfen verstehen, grün für gelb, wenn Sie wollen. Aber das ist nicht der Fall. Auf keinen Fall. Aber es gibt so strenge Vorschriften, beispielsweise in der Sabbatheiligung, die es in anderen Religionen in diesem Maße nicht gibt. Und Sie haben Ähnliches, wenn ich das Christentum, aber ich will nicht aufzählen. Das gibt es in allen Religionen. Sabbatheiligung ist etwas Gesundheitsförderndes, ist etwas sehr Gutes. Wo werden die vielen Arbeiter... Es ist Gesundheitsfördernd, wenn man einen Lichtschalter nicht anmachen darf, wie in einem orthodoxen Judentum. Das kommt drauf an, der muss gar nicht, der kann sich eine Uhr kaufen, die macht ihm die Arbeit. Ach so, das ist aber jetzt modern, ja. Nein, das gibt es schon sehr lange. Ja, ja, das ist kein Problem. Niemand muss am Sabbat leiden. Aber es gibt doch eine sehr starke Gesetzlichkeit und Vorstriften. Nein, Irrtum. Das hat doch was zu tun, auch mit dem Bilderverbot. Es gibt Verboten. Nein, der Mensch kann malen, was er will. Er soll nur nicht Gott malen und als Gott anbieten, den anderen Menschen zur Darstellung und zur Anbetung. Das ist eigentlich sehr wenig. Er kann machen, was er will. Denn ist also das, worüber auch immer so spekuliert wurde, über das Bilderverbot und so, ist das eigentlich was ganz Harmloses? Es ist nicht harmlos, es ist sehr ernst. Sehr ernst, ja, aber es trifft nicht so viele Bereiche. Es trifft nicht so viele Bereiche. Überhaupt nicht einen einzigen Bereich. Ich glaube ja doch, dass es in der Tradition anders gewirkt hat. Damit du nicht deine Gurken am nächsten Tag mit dem Gemälde... Könnte ja sein, jetzt habe ich die Stimmung und mal hier ein Bild Gottes, wie ich ihn verstehe. Erstens mal kann man das gar nicht, weil keiner, außer den Christen, die ja Jesus sehen jeden Tag. Wir Juden sehen Gott nicht. Gott ist nicht sichtbar. Die Christen sehen Jesus, der ist ja Gott für die Christen. Eben, aber wo steht, dass Jesus Gott ist? Er selbst hat es nie gesagt und hätte außer sich geschrien, wenn man ihm das gesagt hätte. Da bin ich nicht sicher, aber... Ich bin sicher. Ja, gut. Da er ein Jude ist wie ich, glaube ich, ihn gut zu verstehen und lieb zu haben. Aber wie dem auch sei, der Jude macht kein Bild, damit es nicht missbraucht wird. Damit er am nächsten Tag nicht seine Gemüse damit einwickelt oder die Heringe. Wir wollten doch über Marc Chagall reden. Über Marc Chagall wollen wir reden. Ja, erzählen Sie was. Was gibt es da zu erzählen? Marc Chagall war in Wittebs geboren, Sohn einer ganz armen Familie. Und der Vater war Heringsfasstransporteur. Und die Familie hat sich durchgeschlagen. Und Chagall war ein begabter Junge. Und die Sache kurz zu fassen, er wurde durch verschiedene Stiftungen erzogen und wurde ein weltberühmter Maler. Und hat auch jederzeit sich an dieses Wort gehalten. Es gibt nichts, was von Chagall da wäre, wo man sagen könne, Chagall hat Gold. Ich weiß gar nicht, wie Sie sich so versteifen. Darauf zum Beispiel, Chagall hat nie einen Gott gemalt. Nie. Fertig. Gut, er hat Jesus gemalt, aber den hat er ja nicht als Gott verstanden. Hat Jesus gemalt, ja darf man denn einen großen Juden nicht malen? Ja, ja, ich sage ja, das haben wir ja schon gehabt. Natürlich darf man einen großen Juden malen. Einen großen Juden darf man malen. Und seine Mutter und seinen Vater auch. Und seine Großeltern, die von der Maria, die kenne ich ja auch. Maria und Joachim sind ja auch bekannt. Die kannst du malen als Jude, so viel du willst. So viel du willst, das sind Juden. Aber Chagall hat nicht mehr als das getan. Und zwar hat er, das weiß ich, weil ich durch meinen Mann mit ihm bekannt und befreundet war, hat er die Gobelins, der zum Beispiel, des Auszugs aus Ägypten gestiftet und gemalt und gewirkt, was immer da zu machen war. Das Auszug durch Gottes Gnade der Knechte aus Ägypten. Das ist was ganz anderes. Gott wirkt enorm. Wo wären wir sonst, wir kleinen Menschen. Und das ist wunderbar, wofür man jeden Tag dankt. Oder er hat zum Beispiel die Synagoge in dem Hadassah Krankenhaus. In Jerusalem, ne? Ja, die hat er gestaltet. Nicht gestaltet, hat sie gemalt. Und dann wurden sie durch eine Kriegshandlung von einem arabischen Soldaten irgendwann einmal 67 oder wann zerstört. Das ist aber eine Synagoge doch mit Bildern. Ja, stimmt. Bilder darf man haben, sage ich Ihnen. Nur nicht Gottesbilder. Nur nicht Gottesbilder. Das sind die zwölf Stämme Israels. Womit Gott wiederum geehrt wird, dass er die zwölf Stämme trotzdem hat überleben lassen. Aber orthodoxe Juden hätten das auch nicht akzeptiert. Doch, natürlich. Sie haben dort in der Schangall-Synagoge Tag aus Tag eingebetet. Die zwölf Stämme, die gehören doch zur Tradition. Aber ja. Und dann wurden die zwölf Bilder beschädigt, schwer. Dann kam er sofort aus Paris angedüst und hat es noch einmal geschriftet. Die zwölf Stämme Israels. Man müsste mal nachzählen. Ich habe das nicht gestehe. Es ist auch sehr schwer nicht getan. Aber ich bin der festen Überzeugung, so wie Traditionen ja über Generationen, über viele Generationen wirken, dass dieses Bilderverbot, das mosaische Bilderverbot, dass das im Judentum bis in die Neuzeit gewirkt hat und dass viele, viele jüdische Künstler, die es ja gibt und die ja tolle Leistungen, auch als Musiker und als Schriftsteller und Ähnliches, dass es aber weniger jüdische Maler und Bildhauer gibt. Irrtum, erstens gibt es kein mosaisches Gebot und keine mosaische Religion. Ja, das weiß ich, dass Sie das jetzt sagen. Nein, das ist aber eine kränkende Verleumdung. Denn Moses, der würde sich im Grab umdrehen, hat keine Religion geschifftet. Nein, die mosaische, aber Sie wissen, was gemeint ist. Das ist aber sehr wichtig, nein, das können Sie nicht so sagen, denn nicht jeder kann das aufnehmen und verstehen und ausboten, diesen mosaischen Auftrag, eine Religion zu gründen, hat er nicht. Er war lediglich der Richter, der, sagen wir mal, der Verteidiger oder wenn Krieg oder Not war, aber eine Religion gegründet hat er nicht und gestiftet hat er auch nichts. Also das ist immer wieder dasselbe. Die mosaische Religion gibt es nicht, es gibt einen großen Künder und Propheten namens Moses, ja, richtig. Und die Synagogen haben sie voller Kunst, das sind Kunstwerke oft. Und in der Bibel werden sie auch geschildert als Kunstwerke. Ja, warum denn nicht? Aber das, was Ihnen Bauchweh macht, Gott als Kunstbild gibt es nicht und gab es auch nicht. Ein Teil der Haltung der jüdischen Intellektuellen, auch der jüdischen Priester, der jüdischen Hohenpriester, des jüdischen Rabbinats oder wie man immer das nennen will, zur Kunst hat ja auch was zu tun mit Absetzen gegen andere Länder, gegen das, was man als heidnische Länder empfand. Ist das so? Natürlich ist das so, aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund kommt vom Berg Sinai her. Du sollst dir keinen Gottheit zum Anbeten machen. Das ist der Urgrund und alles nachher war die enorme Versuchung, die es ringsherum gab bei den kananäischen Völkern und Gruppen. Jeder hatte doch seine eigene Kunst, ja. Und dagegen war es bei der, sagen wir mal, bei der Bereistheit der damaligen Juden, wir haben ja im Neuen Testament auch gelesen, dass in der ganzen Welt schon... Paulus ist ja immer zu den jüdischen Gemeinden gegangen, ne? Nicht nur Paulus. Ja, aber das ist ein Beispiel dafür. Und Paulus war ja selbst Jude. Aber wie dem auch sei, war es trotzdem gar kein Problem. Keine Baalskulte und das war der Hauptgott oder die griechischen Götter, wenn ich daran denke, was ich in Griechenland, was ein großer Freund Israels war, damals, vor vielen Jahrtausenden, die vielen Vergötzungen und Vergottungen. Israel hat sich dauernd abgesondert von diesen Bildern. Unter dem einfachen Wort, ich habe kein anderes Wort, auf das du sie nicht anbetest. Das war es. Und das finden wir immer wieder. Die Absonderung sucht und darüber wurden keine Kriege geführt, aber das waren die Nebenerscheinungen. Aber es ist ja viel Symbolhaftes dabei, bei der Kunst und auch bei der Betrachtung von Kunst. Wieso kommt Paulus dazu, seine Areopag-Rede gerade im Anblick der Götterstatuen in Griechenland, in Athen zu halten? Er hat gar keinen Erfolg gehabt. Ja, das weiß ich, aber hätte er sich nicht einen anderen Ort suchen können sollen? Er hat sich andere Orte gesucht. Hat er sie? Aber ja, er hat in Griechenland noch und noch gesprochen. Areopag war der einzige Fall, wo er eben nicht ankam. Hat das was zu tun mit den Götzenbildern rundherum? Ja, weil Paulus nicht aufgehört hat, zu Juden zu sprechen. Auch wenn er in der Diaspora war. Auf Malta hat er mit Juden gesprochen, sofort, wie er ein Schiffbuch hatte in Malta. Immer war Juden sein Publikum, hat es immer wieder versucht, sich abzugrenzen von der Götzung. Und so in der jahrhundertealten Geschichte der Juden gibt es ja so eine Entwicklung der Kunst. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, die haben wir doch. Die herrliche, ich habe doch vorhin schon einige genannt, die Juden haben jede Kunstschule mitgemacht. Kunstlehrer gestellt, Materien entwickelt und in Jerusalem gibt es neue, schon lange Neues, untertrieben, gibt es herrliche Museen. Alles, oder in New York gibt es alles. Aber nur nach der Frage, die Sie immer wieder gestellt haben, Gott als Anbetungskunstobjekt, das gibt es nicht. Vielerlei Wege gibt es, ja. Genau wie es in der Musik vielerlei Wege gibt bei den jüdischen Künstlern. Zunächst die Wendemann und Oppenheim, die, oder Lilien, die da alle angefangen haben, zaghaft, nachdem die christlichen Verfolgungen eingestellt wurden, im schwersten Mittelalter, haben versucht zu lernen, was sollen wir malen, um nicht zu vergotzen. Gut, wir haben ein schwieriges Thema, nicht immer nur, ja, doch ein schwieriges Thema, nicht immer nur einer Meinung seiend diskutiert oder besprochen heute. Ich frage Sie trotzdem, es interessiert mich, was stellen Sie sich denn vor als jüdisches Gottesbild, wie sieht denn der aus? Das ist sehr schwer, ich bin ja vom christlichen Gottesbild gegründet. Ja, aber dann dürften Sie nicht sagen, die Juden haben ja auch Gottesbilder gehabt. Das habe ich ja nicht gesagt, dass sie Gottesbilder hatten. Sie hatten keine, ich wüsste nicht. Sie haben keine. Also dann haben Sie keine gehabt. Sie haben keines gehabt. Dann sind wir uns doch total einig, meine Damen und Herren. Sonst müssten Sie mir jetzt sagen können, wie sieht das jüdische Gottesbild aus? Haben Sie nicht gehabt. Ja, aber gibt es nicht auch dort Fragen von Kindern und so, wie sieht Gott aus? Ja, natürlich. Dann erzählen wir Ihnen die Geschichten aus der Genesis. Da steht ganz genau, wie Gott die Menschen geschaffen hat und Erde und Himmel und alles, was er getan hat und dass es Engel gibt und so weiter. Man kann doch von Gottes Werken sprechen, ohne zu sagen, dass er, immer wieder dieselbe Frage, dass er angebetet wird. Gott spricht ja auch aus dem brennenden Dornbusch. Ja, das sieht man in Österreich nicht. Wird dieser Dornbusch irgendwie, gibt es den Gemalt dargestellt? Ja, den Dornbusch gibt es, ein brennender Baum. Und die Menschen waren so entzückt davon, dass der Brand so lang anhielt, dass sie gesagt haben, das kann nur von Gott geleistet sein. Aber deswegen ist das kein Gottesbild. In Dornbusch betet man ja auch nicht an. Und gibt es so ähnliche andere Motive? Nein, eigentlich, das Judentum hat genug gesündigt, vielleicht steht mir nicht zu, sowas zu sagen, aber Gottesbilder weiß ich wirklich nichts. Wirklich nicht. Gut, dann bedanke ich mich, aber nein, ich komme doch noch einmal. Bitte schön, bitte jederzeit. Es gibt ja in der Genesis so etwas wie die Analogia Entis, ich weiß, es ist nicht jüdisch, aber es gibt doch, ihm zum Bilde schuf er ihn. Das heißt, im Grunde darf dann doch auch nicht, wenn der Mensch ein Abbild Gottes ist, auch der Mensch nicht dargestellt werden. Nein, das ist nicht so wörtlich zu nehmen, er schuf ihn in all seine Fotografie. Keineswegs, da kommt ja gleich danach auch der Auftrag, die Erde zu bearbeiten, sie furchtbar zu machen, Kinder zeugen zu dürfen, das ist gemeint. Aber es gibt doch eine Ähnlichkeit zwischen Gott. Nein. Nein? Nein. Gott schuf den Menschen mit seiner großen Kraft und seinem großen Willen, das ist es in seinem Inneren, schuf er ihn, aber doch nicht als sein Bild, nein. Ist das gar nicht als Bild zu verstehen? Nein. Auch im übertragenen Sinne, im wohlhaften Sinne nicht. Nein, auch nicht in seinem Inneren. Auch nicht im achten Psalm. Dass der Mensch schöpferisch sein darf auf dieser Erde, das ist etwas Großartiges, wenn wir es ernst und schön pfleglich machen würden. Das ist das, was Gott damit gegeben hat. Wir dürfen schöpferisch sein, obwohl bis damals, bis zur Genesis-Geschichte, nur Gott schöpferisch war. Also ein Porträt des Menschen darf durchaus gemalt werden. Ja, natürlich. Ja. Gut. Dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank für dieses nicht ganz einfache Gespräch, bei dem ich mich auch nicht so ganz wohl gefühlt habe, sage ich. Aber ich glaube, wir haben trotzdem einige Informationen weitergegeben und danke dafür, dass wir uns heute wieder zu einem solchen Thema getroffen haben. Auf ein nächstes. Auf ein nächstes. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020